Hallo, Alexander Schumann hier. Morgen ist ja schon wieder Freitag, deshalb gibt es heute ein neues Vlog-Video. Und zwar ist euch sicher aufgefallen, im letzten Video hatte ich eine Brille auf. Ihr werdet euch sicher fragen, warum. Nun, es hat mit der Modellfliegerei zu tun. Wenn man ein Modell nach dem anderen ins oder ans oder nebens Maisfeld setzt, wird das ganz schön teuer und es hat viel mit der Seherei zu tun. Zuerst habe ich es mit speziellen Fliegerbrillen probiert. Also sowas hier. Das war zwar schon besser, aber so richtig gut war es leider auch noch nicht. Beim Autofahren habe ich ja schon immer eine Brille getragen. Im normalen Alltag allerdings nicht. Kontaktlinsen habe ich zwar auch, diese verwende ich aber nur, wenn ich quasi eine Fliegerbrille aufhabe, so wie diese hier. Weil da spezielle Brillen geschliffen, die kosten ein Schweinegeld. Also da kosten allein die Gläser 300 Euro. Und das ist ein bisschen, ja, muss nicht sein. Was mich an der Brille sehr fasziniert ist, dass man die Wirkung sofort sieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man nicht lange überlegen, ob man besser sieht. Man sieht den Unterschied sofort. Ich kann das mal demonstrieren. Ich stelle jetzt die Kamera scharf, wenn ich durch die Brille schaue. Und so sehe ich quasi ohne Brille. So, das war es leider schon wieder für heute. Ich bin momentan immer noch zeitlich ziemlich eingeschränkt. Und ich hoffe aber, dass die nächsten Videos wieder mehr Tiefe haben und ausgereifter sind und auch länger werden. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.